Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Sousvide-Sticks. Das High-End-Produkt in unserem Sousvide-Stick-Test geht an den Wankle Sousvide. Perfekte Präzision und Zeitregelung Digitale Steuerung der Temperatur 25 bis 99,9 Grad und Zeit Präzise Temperaturregelung plus minus 0,1 Grad ermöglicht die Zubereitung von Speisen auf die genaue Donets, die Sie wollen, erwärmt und zirkuliert bis zu 4 Gallonen Wasser. Perfekt zarte Gerichte einmal nur erreichbar von Küchen in Top-Restaurants können jetzt zu Hause repliziert werden. Verhindern Sie Bedienfeld von Nebel, Restaurant genehmigt Technologie in den Komfort der eigenen Küche, Überhitzung und niedrigen Wasserstandschutz. Niemals ein teures Stück Steak wieder überkochen. Einfach Ihre Zutaten in Gefrierschranktaschen oder Akku-Umsiegel-Lebensmitteltaschen, Tropfen in Wasser und lassen Sie die Sousvide Zirkulator. Verriegelungsklip mit Auslöser im Handgriff, zum des Maßeinheits in den Sekunden zu sichern oder zu entfernen. Touchscreen-Steuerung Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist der Kitchen Boss Sousvide. G310 ist der getestete Gewinner unter vielen Produkten bei der Prüfung von Sousvide Geräten auf der bekannten deutschen Website. Sie bleibt am Rand, während man den Stick einfach mal schnell entfernen kann. Sehr gelungen ist die Fixierung am Topf. Durch diese Trennung kann der Stick auch an sehr niedrigen Töpfen betrieben werden, sogar ab 7 cm Höhe. Der G310 mit einem robusten Metallpropeller versehen, 16 Liter pro Minute Designs erhöhen die interne Zirkulationsgeschwindigkeit des Wassers, um überall eine stabile Temperatur zu gewährleisten. Der G310 verzichtet komplett auf Schnickschnack. Hier stellt man die Zieltemperatur sowie die Laufzeit ein oder drückt einfach auf Start und los geht es. Die G310 LED Touch Display ermöglicht eine übersichtliche Touchbedienung. Die schwarze Touchfläche ist zum Bediener geneigt, abwaschbar und überzeugt durch eine großartige Bedienbarkeit. Das Wellenrad verwendet ein doppelseitig geneigtes 4-5 Grad Winkel Spiraldesign. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Sousvide Stick-Test ist der Bones Kitchen Sousvide Stick. Der Sousvide Gara verfügt über eine einzigartige, leistungsstarke Pumpe, die die gleiche Leistung wie große Einhänge-Thermostate liefert und bis zu 15 Liter wassereffizient erwärmen kann. 1200 Watt Sousvide Kocher mit einer 360 Grad Umwälzpumpe aus Edelstahl. Sie kann einen gesunden und nahrhaften Koch für Rindfleisch, Uhn, Schweinefleisch, Meeresfrüchte, Eier, Nudeln, Gemüse und so weiter liefern. Der Sousvide Stick hört auf zu arbeiten und alarmiert Sie, wenn der Wasserstand unter dem Minimum liegt. Große LCD-Anzeige, leicht lesbar. Bringen Sie den Sousvide Stab einfach an Ihrem eigenen Topf oder Behälter an. Füllen Sie den Topf oder Behälter mit Wasser, geben Sie Ihr Essen in einen versiegelten Beutel und kochen Sie manuell mit empfindlichen digitalen Touchscreen-Steuerungen. Tauchseder ist nach IPX7 wasserdicht zertifiziert. Es besteht keine Gefahr, dass Dampf in die Innenteile eindringt und hat daher eine lange Haltbarkeit und Sicherheit. Wenn Dir das Video gefallen hat würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.